Dieser Ford Transit System steht hier zum Verkauf. Neun Personen haben in diesem großen weißen 5-türigen Windplatz. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP für Suffix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Start-Top-Automatik, Bordcomputer und noch vieles mehr. Der Diesel hat eine Leistung von 101 PS und wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 25.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.